Mehr als 100 Jugendliche nahmen beim zweiten Baulehrlingscasting in der Bauakademie Salzburg teil, wo sie ihr Talent für den Maurerberuf unter Beweis stellen konnten. Wir müssen jetzt gerade so eine Mauer bauen und da muss man jetzt gut darauf achten, wegen der Flucht und allem und ja, das taucht man ganz gut. Wir müssen dabei aufpassen, dass es genau richtig ist, dass es genau die gleiche Höhe hat und dass es den Winkel passt. Und wir müssen ja auch aufpassen, dass auch acht Reihen sind. Was taugt dir so an dem Beruf am Baulehrling? Ja, dass wir eben Mauern und mit Meiteln und mit Zementen und mit den Zirgelsteinen und Grüss bauen, einschalten und betonieren. Das gefällt mir, ja. Du kennst dich ja schon aus. Ja, ja. Von meinem Papa. Für Mädchen eigentlich eher ungewöhnlich, dass man sich interessiert für die Baulehre, oder? Ja, das sagen viele, aber ich bin eher so ein Mensch, der so Männer arbeiten mag. Ja, schaut gut aus. Also ich komme weit von Roh und das gefällt mir. Gefällt es dir. Eine Lehre im Bau, war das was für dich? Nein, ich bin jetzt nicht so die Kanten, aber es war eher nicht so für mich. Aber das kann ja noch werden, dass du da kanten wirst. Es kann noch werden, ja. Was die theoretischen Überprüfungen betrifft, den Sport und jetzt das, ist ein sehr vielseitiger Bewerb, der von den Schülern, was wir auch festgestellt haben, sehr gut angenommen wird. Sie sind mit Freude dabei. Freilich ganz allein gelassen wurden die jungen Baumeister ins B nicht. Profis standen mit Rat und Tat zur Seite. Mit der Wasserwag schauen und das Einrichten und das Ganze drumherum, da hilf ich einem auch ein wenig, weil das alles neu für sich ist. Sie haben es ja auch noch nie gemacht und möchten sich jetzt bei uns halt bewerben und zeigen, was sie können. Er konnte natürlich auch über seine Erfahrungen mit seinem Beruf Auskunft geben. Ich habe eine dreijährige Lehre gemacht als Maurer und da ist das Beste, dass ich sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten habe. Das ist mir sehr wichtig, damit ich immer mehr aufsteigen kann. Ich kann sehr viele Kurse besuchen, mir sind alle Türen geöffnet. Bis zum Baumeister. Genau. Und wie sieht es ganz generell mit dem Nachwuchs in der Baubranche aus? Der Nachwuchs in unserem Bereich können wir zufrieden sein. Es ist wie überall schwierig, junge, gute Leute zu bekommen, aber wir bemühen uns sehr, das zu machen. Es funktioniert. Wenn man sich präsentiert, sehen die Leute, dass dieser Beruf etwas bringt und dass man in diesem Beruf weiterkommen kann. Für Salzburgs Bauunternehmen ist das Lehrlingscasting eine gute Gelegenheit, sich nach jungen Talenten umzuschauen. Für uns als Baufirma ist das genau das Richtige. Wir sehen, wie die Kids da praktisch arbeiten, wie sie sportmotorisch sind, wir haben Mathematik und genau das, was eigentlich eine Baufirma braucht zum Rekrutieren von Lehrlingen. Was uns aber auch ganz wichtig ist, ist nicht nur das Handwerkliche, sondern auch ein bisschen Charakter für die jungen Leute. Ich nutze die Gelegenheit heute, dass ich mich mit jedem ein bisschen unterhalte und da merkt man eigentlich dann relativ schnell, was hat der für einen Charakter, kann der in unsere Firma passen oder passt es eben nicht. Und? Fündig geworden? Wir haben zwei von den Bewerbern schon fix zugesagt für den Sommer, also die haben den Platzpunkt schon fix und der eine oder andere kann sich vielleicht noch ausgehen. Wir nehmen jedes Jahr drei bis vier Lehrlinge auf und ich hoffe, dass wir heuer dafür mitnehmen können. Na dann seien den künftigen Baulehrlingen die Daumen gedrückt für die Karriere, die ihnen bevorsteht. Kommen Sie wieder über 40 Minuten. Entfernung. Entfernung. Kommen Sie wieder. BD-7